Hallo Leute, ich spiele jetzt weiter den Fußballmanager, das hat auch einen Grund, weil leider habe ich das Savegame vom City Skylines leider nicht mehr, ich musste meinen Rechner neu aufsetzen und ja, jetzt spiele ich wieder den Fußballmanager, den Karrieremodus mit der Hertha und ich bin jetzt schon ziemlich am Ende der Saison und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank. 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 Tor. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tor. Tja. Tor. 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 2 zu 1 der pausen stand aber die messe ist noch nicht gelesen eine hälfte ist ja noch zu spielen wollen sie sich mit uns auf die zweite abseits geht wieder los und die zweite abzeit läuft da steht er vollkommen ganz alleine stand da ganz alleine aber leider halt auch im abseits und die wiederholung macht klar das war eine richtige entscheidung ja das sieht schon klasse aus wie der den ball mit dem kopf weiterleitet und das gehört zu seinen spezialitäten präzise lange bälle das ist man gleich der hat das auge für den mitspieler jetzt die augen nur noch auf den ball gerichtet und bei der gelegenheit muss er jetzt hier das tor erzählen das können auf diese entfernung gesehen nicht allzu viele großartiges zu spielen absolut spitze da macht ihm keiner was vor im dribbling und er versucht es mit der hohen flanke das ist unglaublich diese technik ein klasse tor ja und das ist um es mal vorsichtig zu formulieren eine ziemlich bescheiden der leistung des keepers er ist ganz klar der schwachpunkt im team ja das sieht gut aus wenn sie es der verteidigung so leicht machen und super wie er diesen ball noch rausholt gut gemacht der schießt sich da unterbricht das spiel und entscheidet auf freistoß die mauer ist gold richtig postiert und nach vorne geklöpft ja guter passt mit viel übersicht gespielt der ball war nicht nur lang sondern auch genau gespielt also der ball scheint ihn förmlich am fuß zu kleben das ist unglaublich klasse parade herrlich platziert für das ganze stadion ist aus dem häuschen was für ein unglaubliches tor perfekt gemacht ja der keeper ist ganz klar der schwachpunkt heute in der mannschaft so und jetzt doppelte auswechslung gleich zwei spieler kommen neu in die partie ja das war nichts abseits also die schritt sich da assistenten haben es auch nicht leicht war das jetzt abseits oder nicht ja das zweikampf verhalten will der trainer sehen da freut er sich gute abwehaktion das und der lohn dafür der ball zurückerobert ja rüdes faul und sie sehen es der schiedsrichter greift schon in die tasche ich habe die zuschauer sehen ist vielleicht zum teil anders aber der schiedsrichter als richtig gesehen gelb also wenn das so weitergeht mit den gelben karten ich der verteidiger fälscht den schuss ab herrlich hereingezogen und jetzt muss er schießen also das kann er viel besser jeden tag im training macht er das aber der ball war nur ganz schwarz ein schuss jetzt nach dem anderen auf sein tor jetzt kommt es vor allem auf den kippen da liegt der torhüter seine ganze kraft in diesem ball der ball ist im tor aus und damit abstoß damit auf beiden seiten fleißig gewechselt ja das ist einfach super dieses zweikampf verhalten diese technik am ball das könnte abseits gewesen sein müssen wir uns noch mal anschauen damit dem wechsel musste man eigentlich rechnen und der neue mann hat jetzt die gelegenheit ein paar akzente zu setzen so was läuft unter dem oberbegriff ballkontrolle und jetzt bietet sich die gelegenheit für die flanke bedankt er sich hat den ball ganz souverän das ist er die lücke jetzt könnte die flanke gleich kommen und so eine flanke könnten wir jetzt gut gebrauchen das kopfballspiel das hat er drauf ohne frage so den muss er jetzt verwandeln also als muss man lassen den choral hat die jungs er ist klassik ein fantastisches tor das müssen neue impulse setzen und womit macht man das mit der auswechslung bringt einen frischen spieler was hatte der schon für chancen heute gut ab vor dem spieler hat sich aufgegeben und jetzt hat er das tor erzielt ja und wie er den ball da weiterleitet sofort das sieht schon gut aus und stand ja die ein oder andere unterbrechung in dieser partie deswegen drei minuten nachspielzeit so der trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische spieler in die partie und den langen ball den zirkelt er perfekt ja möglicherweise ja ich glaube da gibt es keinen zweifel sie haben heute verdientermaßen hier als sieger die partie beendet und dann wird das so gut aus 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 Vielen Dank. 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 Und Achtung, aufgipft schon wieder Pfosten. Ja, das macht er gut. Ja, da geht's per Kopf. Das ist ein Risiko ein, hinten in der Verteidigung, auch wenn jetzt hier auf Absatz entschieden wurde. Das wird gefährlich. Und das nennt man diszipliniert. Und das hat noch mal weit nach vorne. Also der Ball. Ja, da hat er hat, das war ja auch mal. Ja, da hat er ist, da hat er hat, da hat er hat. ja da geht er energisch in den zweikampf aber alles sauber alles in ordnung ich glaube jetzt überlegt der schießt sich da ganz kurz und dafür müsste jetzt gelb sehen und das passiert auch so so jetzt hat er platz schauen wir mal was er aus dieser situation macht das sieht sehr souverän aus so den platz hat er jetzt noch mühelos fängt der keeper diese flanke und damit ist der ball erst mal weit weg von seinem tor da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese distanz aber ist gut gegangen und da zeigt er übersicht und spielt den ball lang und genau das ist ja ein weltklasse dribbling wie macht er das überhaupt alle an der ball landet genau in den armen des torhüters ja und so hat der torwart erstmal souverän geklärt ja das sieht gut aus so nach der aktion können sie erst mal wieder durchatmen befreiungsschlag ja was wird er sich denken wenn der den ball nicht haben will dann nehme ich ihn halt ist doch logisch nutzt er die chance und er geht an die latte ja das war ein klasse kopfball früh abgefangen der ball im mittelfeld klasse pass hinein in die gefahrenzone ja da haben sie sich den ball gleich wieder zurück erobert werde das talent der die technik er weiß wie man es macht jetzt müsste die flanke gleich kommen tolle flanke ja und am jubel der fans kann man erkennen wie wichtig dieses tor ist da bin ich überhaupt noch zu verstehen was war denn das für ein ding unglaublich von hier oben sieht das so einfach aus aber wenn man da unten steht ja, aber das hat der super gemacht und klasse wie er den ball in die spitze spielt deutlich abseits stellen oh das müssen wir uns noch bei der wiederholung angucken das war nicht so leicht zu entscheiden ob das abseits war und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln ja das hat er gut gemacht so schießt sich da 5 die erste hälfte ab spielt statt 1 zu 0 was für eine erste halbzeit beide mannschaften haben sich hier einige großartige torchancen erarbeitet aber bis jetzt ist nicht viel zählbares dabei herausgekommen so es geht weiter mit der partie hinein in den zweiten durchgang und die zweite halbzeit läuft wenn der tote auf der anderen seite der kann ja fast schon ein nickerchen machen dieser hier dieser nicht eine parade nach der anderen die führung nur dank ihm hat aber wird kein risiko angehen klärt ja es könnte sein dass er die situation damit geklärt hat ja ich kann mir nicht vorstellen dass der schiedsrichter da lange zögert er wird ihn wohl verwarnen eine unfaire aktion die mit der gelben karte bestraft wird ja damit haben jetzt schon zwei spieler gelb gesehen jetzt müssen sie aufpassen das kopfballspiel das ist halt eine große starke von ihm sehr gut gerettet vom verteidigen jetzt bremsen möglichkeit das ist doch perfekt gemacht den trifft er doch blenden das ist das tor des monats also der braucht zwar viele gelegenheiten aber irgendwann bringt er den ball da doch irgendwie tor da schön wie er den ball weiterleitet sicher pariert vom torhüter keine nachschuss chance für den gegner in den strafraum ja die spieler rücken in den strafraum auf es gibt eckball genau in die arme des torhüters ganz weiter ball vom keeper und auf der linie gerettet was hat er sich dabei gedacht müsste er eigentlich die gelbe karte sehen ja hoffentlich hat sich der spieler hier nicht allzu schwer verletzt eine gelbe karte gibt es natürlich in jedem fall das war ein ganz böses faul da hätte man nach meiner meinung sogar rot zeigen können ja und jetzt muss er neue impulse setzen der trainer und womit macht man das mit einer auswechslung bringt einen frischen spieler auf den platz ganz wenig platz und jetzt wird es gefährlich noch gehalten hat und es gibt ecke ja das war eine klasse faustabwehr des torwarts nach dieser ecke und er spielt der ball nicht nur lang sondern auch exakt und präzise jetzt kommt da jetzt kommt da aber der torwart ist auch da klasse gemacht gut reagiert absolut spiel lieber bis hierhin und nicht weiter dachte der verteidiger für die flanke bedankt dass ich hatte bei ganz souverän wie war bis sie sich den ball zurückgeholt haben guter super kopf da war das abjunge und super wie er den herausgeholt hat gut gehalten vom torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den spieler der diese chance vergibt und damit sorgt der keeper erstmal für befreiung klasse einsatz bei den zwei karten keine chance für den gegenspieler und es kommen gleich zwei neue akteure bevor es von hier oben leicht zu erkennen und wir wissen machen sich war jetzt müsste eigentlich so jetzt müssen die verteidiger aufpassen flanken und das ist es das ist ein tor ein augenschmaus herrlich also der braucht ja eine ganze menge torchancen aber irgendwann trifft er dann doch so wie in dieser situation klasse wie sie den ball zurückgeholt haben guter einsatz der trainer wechselt aus ja ja ganz souverän ganz locker rausgespielt der erfolg und mit dem spiel und natürlich auch mit dem resultat können sie mehr als zufrieden sein schon mal um zufrieden sein Vielen Dank. 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 Ja, da ist einer. Ja, der kann die Spielsituation auch zwar viele... Aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Wunderbarer Pass. Jetzt müsste er eigentlich fahren. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vor das Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Ja, gut gespielt vom Verteidiger. Ja, das war ein Foul, aber es gibt keine Karte dafür. Weiter geht's. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Gute Möglichkeit zum Flanken. So eine Gelegenheit. Und was für ein Tor. Was war denn das für ein Ding. Unglaublich. Also wenn sie mir das vor fünf Minuten gesagt hätten, dass die jetzt noch den Ausgleich erzielen. Und jetzt ist alles wieder drin. Ja, das sieht gut aus. Jetzt hat er den Platz. So, jetzt wird's gefährlich. Und der Ball ist... Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Oh, wunderschöner Treffer. Er hat die Chance genutzt. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber er ist gut gegangen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Klasse Ball in die Spitze. So, Achtung, jetzt brennt's. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es, da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erstmal rauszuschlagen. Und den haben viele schon drin gesehen, aber der Torhüter war mit dem Reflex noch da. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und der Abwehrleistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückzuholen hat. Und so sieht ein Pass aus. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Und genau so wollen sie den Keeper sehen, reaktionsschnell ist er da und wer da. Ganz weiter Ball vom Keeper. So, hier ist noch alles drin. 2 zu 1 steht zur Halbzeit. Na, das macht doch Lust auf mehr. Beide Teams haben sich hier in der ersten Halbzeit nichts geschenkt. Ich könnte mir vorstellen, dass eine einzige Unachtsamkeit dieses Spiel entscheiden wird. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Tja, und wie willst du da an den Ball kommen? Das ist ja super, wie der da durch die Reihen läuft. Ja, gut, wie sie sich auf dem Spielfeld verschieben, den Gegner ins Abseits stellen. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. So, und jetzt die Augen nur nach, auf den Ball gerichtet. Aber der Abwehrspieler war rechtzeitig zur Stelle. Guter Spielzug. So, jetzt muss er den Ball nach hinten ziehen. Na, Klasse, Abwehrarbeit. Jetzt gute Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Ja, da steht er völlig frei. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Oh, klasse Latentreffer. Und der Ball ist drin. Na, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel drei Treffer zu erzielen. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf. Ohne Frage. So war er in, geklärt. Ein wunderschöner Treffer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Freistoß aus dieser Entfernung, der ist immer gefährlich. Super Parade des Torhüters. Das war mal ein mutiger Distanzschuss. Oh, er trifft die Latte, aber er ist noch nicht vorbei. Oh, Fehler. Und ab geht die Post, das gibt eine Chance. Das wird gefährlich. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so, die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Ja, bloß weg damit. Achtung, genau in den Lauf. Tja, doppeltes Pech für den Angreifer. Er wird gut markiert und läuft dann auch noch ins Abseits. Jetzt hat der Trainer einige Umstellungen vorgenommen. Den Ball weit nach vorne gepasst. Und das ist eine sehr, sehr konzentrierte Defensivleistung bislang. Ja, die Flanke war einfach nicht scharf genug gezogen. Überhaupt kein Problem. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und der Abwehrspieler geht inzwischen. Ja, das kann er besser. So, natürlich wollen sie die Führung hier ausbauen. Tja, auf beiden Seiten will man nochmal für frischen Schwung sorgen. Es wird ausgewechselt. Vorausschauend gespielt. Das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Rhein. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ach, da sieht man mal, was dieser Torhüter drauf hat. Ganz sicher nimmt er diesen Ball auf. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Es gibt kaum Nachspielzeit hier. Nur eine Minute. Klasse gespielt. Klasse, wie er denn spielt. Und den muss er jetzt verwandeln. Oh, wow, wow. Das durfte er einige Bollen geben. Ja, da geht er auf Nummer sicher. Das ist auch richtig so. Und damit ist der Ball erstmal weit weg. Die Zuschauer gehen zufrieden nach Hause. Fünf Tore sieht man nicht häufig. Drei zu zwei der Endstand. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir befinden uns immerhin schon im Viertelfinale, liebe Zuschauer. Und beide Teams, Sebastian, erscheinen eigentlich absolut gleichwertig. Ja, Tom, da gebe ich dir absolut recht. Also ich möchte mich jetzt hier bei den Mannschaften und auch nicht festlegen, das wird eine ganz enge Partie heute. Klasse, wie er den spielt. Und so soll das aussehen. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Gute Flackenmöglichkeit jetzt. Ja, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Nichts, das war. und achten sie mal drauf der wird gleich schwanken und solch einen langen ball spielst du nur wenn du ein gutes auge oder einfach mal den ball blind nach vorne geschlagen das war so ungenau und davon hat der abwehrspieler gleich profitiert da gucken sie mal das war ein kopfball wie aus dem lehrbuch kann er die möglichkeit nutzen so jetzt sind das könnte eine gute möglichkeit werden und jetzt ist die frage können sie kapital ja das ja überhaupt kein problem für den torhüter diese flanke und der torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der gefahrenzone also wenn die flanke so dicht vors tor kommt dann ist das überhaupt kein problem für den torhüter ja und der torhüter dricht den ball über das feld so eine gelebt und schon ist die andere mannschaft wieder dran ja und hier die klare entscheidung anstoß und klasse dass der ball auch noch den richtigen adressaten findet das ist ein weltklasse dribbling also der mann ist sein geld nun wirklich wert so jetzt eine gute flanke und dann wird es ganz eng für die hinten drin klasse kopfball und irgendwie bringt der verteidiger dann noch ein fuß ja rüdes faul und sie sehen es der schiedsrichter greift schon in die tasche und da war im zweikampf zu spät dran und die gelbe karte ist fast noch ein bisschen geschmeichelt für dieses faul gelbe karte nach dieser rüden attacke gut gesehen von unparteischen und das hat er ganz sicher und souverän gemacht und der keeper befördert den ball aus der gefahrenzone er hält drauf ja ich glaube da hätte er ohnehin keine chance gehabt aber er stand halt auch im abseits und wir schauen uns noch mal die wiederholung dieser abseits stellung an und der keeper kommt als erster an den ball und sie stürmen nach vorne jetzt könnte die flanke gleich kommen ja die flanke war einfach nicht scharf genug gezogen überhaupt kein problem sieht gut aus da sind wir mal gespannt was sich dann in der zweiten halbzeit noch so tut ganz enge angelegenheit hier in der ersten halbzeit und super wie er den herausgeholt hat aber das ist ja sowas wie ein torhüter spiel mensch sind die gut aufgelegt heute erste halbzeit ist vorbei er steht 0 zu 0 wollen sie sich mit uns auf die zweite halbzeit geht wieder los und die zweite halbzeit läuft mit der brust sehr gut und der verteidiger stand genau in der schussbahn fälscht den ball ab da gehört schon eine portion mut dazu sich in diesen ball noch hinein zu werfen ja das sieht gut aus ich glaube er überlegt was er jetzt am besten tut und das sieht klasse aus wie sie im mittelfeld postiert sind wie sie ihre positionen einnehmen richtig schön super kombinationsfußball und wieder raus holt einfach spitze die tote auf beiden seiten bisher mit weißer weste ja auch das hat der torwart souverän gemacht das wird gefährlich was für ein faul da zieht er ihm die beine weg aber der schiedsrichter belästet oder freistoß geht genau in die mauer ja das war klasse und wieder mal endstation beim verteidiger absolut spitze da macht ihm keiner was vor und das hätte gefährlich werden können wenn der abwehrspieler den ball nicht abgefälscht hätte gute kopfball richtig und super wie er diesen ball noch rausholt ja das sah doch eigentlich nach einem sicheren tor aus aber der keeper hat ausgezeichnet pariert klasse stellungsspiel klasse stellungsspiel wer soll gegen diese abwehr eintor schützen ja das sieht der trainer gern riesen möglichkeit er trifft wir schauen sie doch mal wie er den ball trifft das ist das tor des spiels das tor des monats ach vielleicht sogar das tor des jahres und ich sehe man muss da ein paar von spielern neben der seiten in die wahn und da werden wir jetzt wohl gleich wenigstens sagen was wir zu das war ein klasse konter jetzt versuchen sie natürlich jegliche gefahr vom tor fernzuhalten und das klappt ganz super spieler machen sich warm am rande des spielfelds und der trainer hat sich wohl jetzt entschieden mindestens mal eine auswechslung vorzunehmen das sieht gut aus so jetzt müsste ich jetzt die augen nur noch auf den ball gerichtet flanke flanke wie fahrt sich jetzt die stürmer im straffraum und der ball ist drin das ganze stadion ist aus dem häuschen was schon ein unglaubliches tor perfekt gemacht also wenn sie jetzt gegen diese mannschaft setzen dann müssen sie schon sagen gut gesehen und er steckt die flanke und der ball und tor unglaublich was für ein jubel wahnsinn was für ein tolles tor miserabende leistung des torhüters ohne wenn und aber und der trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln und kant nutzt er die chance der ball ist im tor aus und damit abstoß klug gespielt super pass ja da hatten sie die chance aber wieder ist die abwehr zur stelle und das sieht so leicht aus so locker wie der mit dem ball umgeht so haben sie das im training gewinnt und das ist unglaublich diese technik ein klasse tor so und jetzt sind sie der haar hier am haus ganz klar sie haben richtig spaß und so sieht ein pass aus und weg mit dem ball denkt sich der torwart und damit sind sie eine runde weiter und das war eine klasse leistung der gesamten mannschaft weil 해요 die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und er versucht es mit der hohen Flanke. Also Angst hat er nicht, der Kiefer, wie der da in diesem Zweikampf geht. Aber bitteschön, da muss der auch einfach Kopf und Kragen riskieren. Ah, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Weg mit dem Ball. Souverän gemacht. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Ja, und der fünfte Schiedsrichter ist erfolgt hier völlig zu Recht. Es gibt Freistoß. Ja, deswegen steht die Mauer da. Und der Torwart denkt, sehe ich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Ecke. Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Nutze die Chance. Ja, klasse, Kontermöglichkeit jetzt. An die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Er hat ein Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. So, den muss er jetzt verwandeln. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Klare Sache, logisch, Freistoß. Gut gemacht vom Keeper. Wunderschönes Torhüter. Ja, das ist Weltklasse-Fußball. Was für ein Tor. Klasse-Einwurf und daraus entwickelt sich dann letzten Endes das Tor. 2 zu 1 der Spielstand zur Pause. Ein gutes Spiel, Tom. Beide Teams können mit ihrer Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden sein. Wirklich eine extrem ausgeglichene Partie. Klasse-Einwurf und klasse-Einwurf und klasse-Einwurf und klasse-Einwurf. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit, schiebt sich da aus, die Spieler sind alle da, auf geht's. Solche Tore wollen wir sehen. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert, klasse gemacht. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Na, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Ja, das macht er gut, per Kopf. Ja, jetzt die Frage, behält er die Nerven? Nur noch ein Abwehrspieler steht zwischen ihm und dem Tor. Souverän geklärt. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar, und das muss jetzt Abstoß geben. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man's macht. Gut geklärt, fair gemacht, souveräne Abwehrarbeit. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, man kann's nochmal probieren. Klasse, und der passt genau, und das Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, das war ein klasse Tor, so kennen wir das von ihm, aus vielen anderen Spielen auch. Ja, das sieht gut aus. Ja, rechnet auch der Gegner jetzt sicher mit einer Flanke. Und jetzt müssen Sie sich aus der Situation eigentlich was angekommen. Ein wunderschöner Pass. Schönes Zuspiel zum Freien Mann. Ja, und jetzt spielen Sie mit viel Druck nach vorne. Und was für ein Tor! Das ist ein Tor, ein Augenschmaus, Perling. So, und nach diesem Tor ist jetzt alles wieder offen. So, und der kann die Bälle in die Räume spielen. Ja, wo bleibt die Flanke denn? So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Klasse Aktion. So haben sie das im Training gewiebt. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Ja, gut gespielt und da wusste er sofort, wohin der Ball muss. Oh, da hat er das Glück für heute aber voll ausgereizt. Überlegt jetzt, schlank ich, schlank ich nicht. Der Ball ist im Netz. Oh, das ist unglaublich, diese Technik. Ein klasse Tor. Der Trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische Spieler in die Partie. Ja, beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal, wie sich das auf die Partie auswirkt. Also, so langsam müssen sie es aber gemerkt haben, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Da hat er schon zweimal getroffen. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Und daraus könnte was werden. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und der Ball ist drin. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Und jetzt hat der Trainer seit Wechseln von Biggen voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Es ist nicht mehr lange zu spielen und es steht unentschieden. Und ganz weit nach vorn gespielt und der Ball kommt auch noch an. So, die Spieler pernen sich am Rand des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Das war ein ungeheuer wichtiges Tor für seine Mannschaft. Jetzt ist hier wieder alles möglich. Das müssen sie aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Treffer erzielt. Drei Minuten nach Spielzeit werden angezeigt. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Gute Möglichkeit zum Flanken. Ja, die Flanke war einfach nicht scharf genug gezogen. Überhaupt kein Problem. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ja, das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor. Ja, das war ja eine ganz souveräne, 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 eine ganz souveräne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und das drittling stammt anscheinend aus dem lehrbuch für den fußballsport so das ist jetzt der letzte abwehrspieler den er auch vor sich hat schön per kopf weitergeleitet ja jetzt hat er in dem ball abgenommen sie machen die räume ganz eng möglichkeit zu spiel in den freien raum aber das steht überhaupt weit und breit niemand hat um den hat er richtig gut gehalten ja und so hat der torwart erstmals souverän gekehrt aber der abwehrspieler steht auch gold richtig das war ein klassisch aus dem halbfeld ja die spieler rücken in den strafraum auf es gibt eckball schwache eckball das kann er besser der torwart ohne problem ja da liegt der torter seine ganze kraft jetzt hat er den platz genauso wollen sie den keeper sehen reaktionsschnell ist er da und wer da starke halten vom torhüter in dieser szene das war nicht leicht für ihn bloß weg mit dem das wird sich der torwart gedacht haben ja das sieht gut aus jetzt schauen sie mal wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden torhüter toll abgefangen freistoß nach dieser grätsche auf den ersten blick sah es sogar noch schlimmer aus als es in wirklichkeit war aber der freistoß ist keine verwahrung für den spieler der schiedsrichter hat wohl seine kontaktlinsen vergessen der ball war im tor aus ganz klar und das muss jetzt abstoß gehen ja möglicherweise hat er die situation damit zunächst mal bereinigt das war nicht einfach auf die distanz genau bei stoßen damals streif der post genau so stellen wir uns das vor und jetzt muss er schießen achtung da ist alles noch drin obwohl er vorher mit dem fingerspitzen der klasse der ball abgewährt hat nur raus aus dem 16 da mit dem ball um himmels willen raus so der kann die bälle in die räume spielen wetter flanken und jetzt spielen sie mit viel druck nach vorne ja das ja überhaupt kein problem für den torhüter diese flanke 1 zu 0 und damit wissen wir dass für die zweite hälfte eigentlich noch alles drin ist also angesichts der vielen vergebenen torchancen dürfen sich die spieler in der kabine sicherlich einiges anhören wäre nicht das erste mal dass sich diese nachlässigkeit recht wir sind gespannt darauf was die zweite abzeit bringen wird und die zweite abzeit läuft und die entfernung war beträchtlich trotzdem kommt der ball an das kinderspiel klassen schuss an die latte und zurück ins spiel und ein das gibt es doch nicht ein eigentor ja also das war schon ein dummes eigentor das kann man gar nicht anders sagen und da müssen wir uns jetzt noch mal die wiederholung angucken ein wunderbarer pass und es war gut geklärt und nicht nur das er leitet auch die nächsten gegnern und dann muss er jetzt verwandeln da waren die zuschauer schon aufgesprungen fast alle hat den ball drin gesehen und er bringt die fingerspitzen noch dazwischen ja der tote auf der anderen seite verlebt ja ein richtig ruhigen nachmittag aber der hier mensch hat der schon viele bälle gehalten also die führung ist nur ihm zu verdanken weg mit dem ball zwar wenn den keiner will dann nehme ich neben dem ball auch wenn wir uns die wiederholung anschauen müsste es klar werden stand er im abseits oder stand er nicht im abseits und so soll das aussehen kaum eine gelegenheit die abwehr steht glänzen kompliment ja die flanke war einfach nicht scharf genug gezogen überhaupt kein problem ja erstmal raus hinten mit dem ding gut gespielt so die spieler anscheinend will der trainer hier zumindest eine auswechslung vornehmen so eine gelegenheit bekommt er heute nicht mehr klasse wie der abwehrspieler damit gespielt hat den ball noch abfälscht müssen wir uns darüber unterhalten nein das war abseits ja im moment spielt sie pressing hat den gegner den ball früh wieder abgejagt ja das war sein ball das war sein ball ja schön geht es jetzt über die flügel überlegt jetzt flanke ich schlag dich nicht mühelos fängt der keeper diese flanke ab und sie sind nicht nur als einheit stark sondern auch die einzelspieler waren da hinten einen ganz souverän klasse mit den fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den ball gekommen ich kann von meinem kommentator platz aussehen liebe zuschauer dass ich da die mussten neben der seitenlinie warm machen zumindest eine auswechslung geben und das wird zu seinen spezialitäten präzise lange bälle ja das talent der hat eigentlich war der schon drin aber irgendwie war der torte noch dran das war eine glanzparade das war eine hundertprozentige chance die er da vereitelt hat so nach der aktion können sie erstmal wieder durchatmen befreihungsstrahl ja jetzt kürzlich was entwickeln und was kann der normalerweise gut schießen der hat die schusstechnik der hat das gefühl und dann sowas also stecken hier nicht auf das muss man ihnen lassen weiter abschlag des keepers ganz souverän so jetzt erst mal wieder ruhe ins spiel bringen der verteidiger hat den ball hat das los hieß junge ja die festgehalten achtung jetzt brennt jetzt müsste er flanken anspielstation sind da ja das ist aber leichtes spiel für die verteidigung nach solch einer schwachen flanke überhaupt keine schwierigkeit für die twitter bei diesem kopfball hier hätten einzugreifen gut gemacht von keeper ja und das ist abseits und hier die abseits entscheidung noch mal in der wiederholung und zum ersten mal in diesem spiel wechselt der coach aus und da sieht man in der mannschaft stimmt und auf der linie hat er ohnehin seine stärken und den hat er super rausgeholt er schafft es einfach nicht sich gegen den toll dadurch zusätzlich ja ganz souverän ganz locker raus gespielt der erfolg und mit dem spiel und natürlich auch mit dem resultat können sie mehr als zufrieden sein so das war doch eine spannende partie ich hoffe sie hat ihnen gefallen und wir sagen dankeschön und verabschieden uns bei ihnen wir das sind und sebastian hellmann und tom bayern tschüss vielen Dank ruhig Vielen Dank. 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 Sie führen. Auf geht's. So, der Ball. Das ist aus. Ja, das sieht gut. aus. , 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 ,, , , , ,, , 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 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. in die begegnung jetzt müsste die flanke kommen so jetzt stellt sich die frage was stellt er mit der mürburtschein ein tor nicht erzählen das ist ein tor ein augenschmaus herrlich da wird sie ihren sieger geben fragen sie mich war es leichteres es steht unentschieden so das ist jetzt für den angriff eine gute ausgangsposition das kopfballspiel das beherrscht er wie aus dem lehrbuch schöner pass das macht spaß also vielleicht hat er da vom tor geträumt aber das blieb dann auch im traum gut gemacht und das ganze per kopf perfekt geteilt der ball landet genau beim mitspieler mindestens eine auswechslung steht bevor das scheint so gut wie festzustehen denn wir sehen die spieler machen sich da am spielfeldrand doch schon intensiv warm bereiten sich auf einen einsatz vor rechnet auch der gegner jetzt sicher mit einer flanke und und glaubt nicht was für ein jubel was für ein tor was für ein tolles tor und so nutzen sie ihre zahlenmäßige überlegenheit aus weltklasse solche bälle hat nicht jeder drauf jetzt lassen sie die abwehr ganz alt aussehen ja möglicherweise hat er die situation damit zunächst mal bereinigt ja das ist einfach super dieses zweikampfverhalten diese technik am ball war es für ein tor dann hören sie mal was jetzt auf den rängen los ist ein wunderschöner treffer das war schon fast die vorentscheidung ja da sieht man der abwehrspieler kann das spiel lesen und kommt prompt im ballbesitz ein angreifer war zuletzt am ball deswegen abstoß ja und sie haben sich den ball schön wieder zurückerobert also der ball scheint ihn förmlich am fuß zu kleben das ist unglaublich also wenn die mannschaft hier trotz des platzverweises gewinnen sollte kann sie sich bei ihrem torhüter bedanken wie der abwurf von ihm und dann auch noch genau zum mitspieler da spielte den ball weit nach vorne findet sein mitspieler 321 das ist verdient ohne wenn und aber 1 1 2 w Vielen Dank. 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 So, jetzt wird's gefährlich. Super Pass. Genau in den Lauf. Das ist eigentlich merkwürdig. Ja, gut. Und... 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 Ja, und... 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 So, Und... 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 ... Und... 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 und dann wird es ganz eng für die hinten drin er flankt den ball nach innen und jetzt versteht man hier sein eigenes wort nicht mehr die fans sind außer rand und band über dieses tor wahnsinn was für ein tolles tor also der braucht zwar viele gelegenheiten aber irgendwann bringt er den ball da doch irgendwie tor unter abseits pfeift der schiedsrichter wir schauen uns in der wiederholung noch mal an abseits ja oder nein ein wunderschöner pass da stand er knapp im abseits aber der verteidiger war auch ohnehin ganz eng an die wiederholung zeigt deutlich das war schon korrekt entschieden ja ich weiß nicht warum greift er einen gegenspieler an der meilenweit vom ball entfernt steht hier hätte der schiedsrichter gelb geben können aber es gibt nur freistoß jetzt hat er den platz jetzt profitieren schöner kopfball und jetzt muss er schießen der ball ist im netz ja das ist doch ein immens wichtiges tor jetzt werden die letzten minuten noch spannender was hatte der schon für chancen heute gut ab vor dem spieler hat mich aufgegeben und jetzt hat er das tor erzählt weltklasse solche bälle hat nicht jeder drauf war das war schön geklärt hier vom abwehrspieler das ist der sieg und es war eine gute vorstellung und so können sie jetzt zuversichtlich ins finale gehen so liebe zuschauer das war es von unserer seite tschüss und alles gute bis zum nächsten mal hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die wollen sich beweisen. Die wollen zeigen, dass sie gut in Form sind und wir können uns, glaube ich, auf eine packende Begegnung freuen. Gut aufgepasst, aufmerksam. Die haben die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und jetzt muss er schießen. Und das war schon toll, dieser Pass. Ja, niemand scheint ihn ernstlich angreifen zu wollen. Also macht er mal weiter und zwar im Alleingang. Super gemacht. Also der Ball scheint ihn förmlich am Fuß zu kleben. Und das ist unglaublich. Ja, Führungstor für die Gäste und das ist schon erstmal ein Dämpfer für die Atmosphäre hier im Stadion. Wahnsinn! Was für ein tolles Tor. Ja, und das zeichnet Linie aus, dass er nicht lange fackelt vor dem Tor und die Möglichkeiten ausnutzt. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Ganz alleine stand er da. Ganz alleine, aber leider halt auch im Abseits. Schöner Pass. Guter Spielzug. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit? Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Weg mit dem Ball. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Und das sieht so leicht aus. So locker. Und der ist drin. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht so. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er über sich, da hat er ein Auge für. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Mein lieber Mann, da geht sie aber beide kompromisslos zur Sache. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Ah, klasse Aktion. Und was für eine Klasse tat. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Ja, macht er eine prima Figur da im Zweikampf. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Eingang runterschalten nach der Verwarnung. Ja, deswegen steht die Bauer da. Achtung, jetzt brennt's. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Absatzstellung an. Ja, und das kann er. Die Beste spielen, aus dem Fußgelenk. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, und da kann er sich auch beim Schiedsrichter nicht beschweren. Die Entscheidung geht in Ordnung. Rot. Absolut spitze. So, den muss er jetzt verwandeln. Unglaublicher Reflex von Keebacher, weil er geht ins Tor aus, Ecke. Oh, der ging ja meterweit am Tor vorbei. Und die Enttäuschung ist riesengroß. So weit, wie dieser Ball am Tor vorbei geht. Ja, da sind sie zu unkonzentriert. Vielleicht sind sie sich auch schon zu sicher. Jetzt müsste die Flanke kommen. Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Ja, das gibt Eckball. Und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Ja, klasse Faustabwehr bei diesem Eckball. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und nach vorne geköpft, ja. Nutzer die Chance. Nicht schlecht. Die ersten 45 Minuten sind vorbei. Und ich glaube, unterm Strich, da geht das 2 zu 0 auch in Ordnung. Das Halbzeitresultat ist keine Überraschung. Sie haben sich in den ersten 45 Minuten einfach mehr Chancen erarbeitet. Ich denke, die Führung geht völlig in Ordnung. Das Halbzeitresultat ist keine Überraschung. Das Halbzeitresultat ist kein zuerst. Ich glaube, ich glaube, eigentlich ist kein zuerst. Ich glaube, ich habe es nicht mehr da. Ich glaube, es ist kein zuerst. Ich glaube, ich bin ein Bündchen. Ich glaube, ich bin ein Bündchen. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit läuft. Tja, als hätte er es geahnt. Es gibt Abstoß. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. So, der Verteidiger hat sich den Ball geschnappt. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Eckball. Ja, solche Bälle hat er gerne, der Torwart halbe Höhe, da kommt er leicht hin. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Jetzt hat er den Platz. Ja, der hat ja nicht mal versucht, den Ball zu spielen. Klar, Elfmeter. Eigentlich ist er ein sicherer Schütze. Wenn sie hinten so weit... Oh, da lässt er dem Torhüter keine Chance. So, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Er versucht sich in eine Position für eine Flanke zu bringen. In den Straffraum. Der Keeper riskiert Kopf und Kragen und kommt an den Ball heran. Ja, erst mal raus hinten mit dem Ding. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Aber ein ganz schlechter Flankenball. Jetzt hat er gerade einen Lauf. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es, da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erst mal rauszuschlagen. Jetzt die Augen nur nach, auf den Ball gerichtet. Der Elfmeter, sagt der Unpartei, so weit, so gut. Aber gibt es jetzt auch noch gelb dafür? Ja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Oh, an den Pfosten. So, jetzt warten sie in der Mitte. Los, Schieß, Junge! Ja, wenn der Ball so platziert kommt, was willst du als Torwart da machen? Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Die Abwehr steht gut. Da gibt es überhaupt kein Durchkommen für die gegnerischen Stürmer. Mein lieber Mann, was für ein Zweikampfverhalten. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch. Das war der Pfosten. Erstklassiges Zuspiel. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Der weiß, wie man es macht. Das ist es! Das ist es! Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Unglaublich, alles hat er nach vorne gebunden, der Trainer und es hat geholfen, aber der Eckball, der kam auch gut. Und sie haben diese Chance genutzt und den Keller auch. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Jetzt könnte die Franke gleich kommen. So, jetzt wird es gefährlich. Überhaupt keine Schwierigkeit für den Torhüter, bei diesem Kopfball hier rettend einzugreifen. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, ganz souverän, ganz locker rausgespielt, der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können sie mehr als zufrieden sein. Und mit dem Spiel nochmal. Und mit dem Spiel in Deutschland juste passieren. Vielen Dank. 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 Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Dankeschön. Ja, das war ein Tor. zu zuspielen und jetzt geht er vorbei wunderschönes tor da hält es natürlich kein mehr auf den sitzen was für ein tor was für ein konter angriff der reißt hier die fans förmlich von den sitzen ganz souverän trainer wird sich aber mehr drin gute abwärts aktion das sagt sommeren gemacht und der monat für den ball zurückerobert genau so stellen wir uns das vor ja da musst du erst mal durchkommen klappt nicht hat aber will kein risiko angehen klärt ja was wird er sich denken wenn der den ball nicht haben will dann nehme ich ihn halt ist doch logisch da hat sein gegenspieler aber geschlafen ja das war aber keine gute flanke ja das sieht gut aus war ja das überhaupt nicht gut aus ja ich bin nicht der schiedsrichter ich hätte hier mit sicherheit die gelbe karte gezeigt aber der man da unten der gibt nur freistoß ja wo hat der schiedsrichter denn dahin geschaut dass klasse wie der abwehr spielt und der geht rein und der geht rein und das ist jetzt hier der auslöser für den grenzenlosen jubel auf den tribünen wir schauen sie mal was da auf den tribünen los ist darauf haben die fans doch gewartet auf so ein schönes tor ja das haben sie sich selbst zu schreiben ein freistoß aus dieser entfernung der ist immer gefährlich die verteidigung spielt sehr diszipliniert hat er ist so jetzt wird gefährlich jetzt hat er die situation geklärt was hat er sich dabei gedacht da müsste er eigentlich die gelbe karte sehen der ball war ganz woanders und der schiedsrichter gibt gelb und der spieler kann froh sein da hätte man auch über rot nachdenken können faul ganz klar richtige entscheidung des schiedsrichters gelb jetzt müsste er in die lücke rein spielen so was kann der tor mit der nötigen gelassenheit zur kenntnis nehmen ja schön wie er den ball weiterleiten die latte und da ist noch alles drin gut dass er verkauft darf ja was willst du an dem kopfball aussetzen gar nichts der war der war genau der war platziert aber der torwart genau an der richtigen stelle weg mit dem ball geschieht sich da entscheidet auf freistoß ganz eng ging zu der ersten halbzeit spannend war es und das verspricht natürlich noch eine ganze menge für den zweiten durchgang hat er muss die abwehr besser aufpassen der steht ja ganz alleine vor dem tor zum glück für die hintermannschaft wird auf abseits entschieden schöner ball und er geht bis weit ins mittelfeld jetzt müsste eigentlich fangen und bei solchen bellen da fackelst du nicht lange nur raus damit der ball war nicht nur lang sondern auch genau gespielt fehler und ab geht die post das gibt eine chance so beide mannschaften haben hier ein tor erzielt und dann schließe logischerweise zur pause 1 zu 1 also nach dieser ersten halbzeit traue ich mir keine prognose zu wer sich hier durchsetzt absolut ausgeglichene partie bis jetzt ich könnte mir vorstellen dass vielleicht einer der stürmer das dinge mit einer schönen einzelaktion entscheiden so es geht weiter mit der partie hinein in den zweiten durchgang so wir sind bereit zur zweiten halbzeit schiedsrichter aus die spieler sind alle da auf geht's gut nach vorne geköpft eine vielversprechende gelegenheit der ball war gerade eben noch frei das schöne hoher ball und jetzt heißt abwehr aufgepasst ja und jetzt versuchen sie da da stand er eigentlich zu weit weg vom ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran der keeper und den langen ball den zirkelt er perfekt ja das ist einfach super hat nur noch den oh die gefahr ist noch nicht vorbei ein wunderschöner pass so jetzt versucht das mit einer flanke wird aus dieser gelegenheit nichts wird dann sind sie selber schuld klasse kopfball ja erst mal raus hinten mit dem ding ja auch die langen bälle die kann dann natürlich spielen da hat er über sich da hat ein auge führen das war eine glanzparade das war eine hundertprozentige chance die er da vereitelt hat ja auch das hat der torwart souverän gemacht immer wenn die abwehr gefordert ist dann ist sie da achtung jetzt brenz und wenn wir jetzt nochmal in die wiederholung hinein schauen ja korrekte entscheidung so und jetzt doppelte auswechslung gleich zwei spieler kommen neu in die partie so und jetzt geht es um die Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Oh, per Kopf, warum nicht? Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Klassenschuss. Der Trainer wechselt aus. Der Trainer wechselt aus. So, jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Schön mit der Bust angehalten. Und schon wieder eine tolle Parade des Keepers. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Super gemacht. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Und da hat er die Situation gut eingeschätzt. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Er spielt den Ball quer. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Krimling. Es gibt Abschluss. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Oh, das war kein guter Pass und die Strafe folgt auf dem Fuß. Klasse und das über diese Entfernung. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Und wie der den rausholt, einfach spitze. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Da kommt die Flanke. Ja, und am Ende der Fans kann man erkennen, wie wichtig dieses Tor ist. Da bin ich überhaupt noch zu verstehen. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Das ist unglaublich. Alle waren sie vorne, hinten das Tor. Das war überhaupt nicht. Hahaha. Da ist gar nicht. Oh, es war gerade. So, was war gerne. kopi- gut per kopf in die offensive weitergeleitet ja und er hat einfach den blick für das spiel und der lange ball kommt ja da muss er einen anderen pass spielen so ist das ganze kein problem für den verteidiger ganz zu spiel wie aus dem lehrbuch und sich stürmen nach vorne so eine wo das hätte gefährlich werden können wenn der abwehrspieler den ball nicht abgefälscht hätte und im training haben sie sich darauf spezialisiert auf gefährliche eckbälle schauen wir mal was daraus wird denn es ist ja überhaupt kein problem für den torwart dieser eckball und sie sind nicht nur als einheit stark sondern auch die einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen eindruck ja der ball prallt von der mauer ab er kann von weit draußen schießen und von der latte zurück ins spiel so da ist der schuss und die mannschaft geht als sieger vom platz sie können alle zufrieden sein spieler trainer und auch die fans aber das spiel ist zu ende und eine ganz ganz bittere niederlage vielleicht sogar eine unnötige niederlage so das war doch eine spannende partie ich hoffe sie hat ihnen gefallen und wir sagen dankeschön und verabschieden uns bei ihnen wir das hinter sebastian hellmann und tom bayern tschüss so 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 Vielen Dank. 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 Also normalerweise müsste das heute eine ganz klare Angelegenheit werden. Was glaubst du Sebastian? Gibt es wieder so einen klaren Sieg wie beim letzten Mal? Boah, das ist schwer zu sagen, Tom, das ist schwer zu sagen, Tom, also schaut mal nur auf das nackte Ergebnis, dann wird es doch wieder eine klare Angelegenheit, aber ich denke, dass die Mannschaft jetzt weiß, was auf sie zukommt, sie werden defensiv spielen, um dann vielleicht mit dem einen oder anderen Konter heute erfolgreich zu sein. Ja, das war ein richtigen, das war ein starker Angelegenheit, das war ein starker Angelegenheit, das ist ein starkes Kopfballspiel. Klasse Ball, das war ein ducklinter wie beim beim Wähslag. Das war ein starker Angelegenheit, das war ein underneath. den ball weit nach vorne gepasst und super wie er diesen ball noch rausholt gut gemacht vom keeper er sucht seine chance verführung streffer für die gäste die kunstkorn glauben wahnsinn was für ein tolles tor das war schon klasse aus so schnell macht ihm das keiner nach ja und solche bälle zeichnen einen guten mittelfeld regisseur aus ja und das ist ein elfmeter überhaupt keine frage das sind diese berühmten paar zentimeter was entscheidet der schiedsrichter ja im strafraum also elfmeter und die spannung ist jetzt verreist kalt souverän flach und platziert besser geht's nicht klasse und das über diese entfernung das ist schon sehr souverän wie der verteidiger mit derlei situationen umgeht ja und wie er den ball da weiterleitet sofort das sieht schon gut aus also freistoß gibt es auf alle fälle und jetzt warten wir ab ob es darüber hinaus auch noch die gelbe karte gibt und dafür müsst ihr jetzt gelb sehen und das passiert auch so gelbe karte nach dieser rüden attacke gut gesehen vom umperteich klasse pass ja das ist ja eine ganz lockere angelegenheit hier für den abwehrspieler klasse ja klasse 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 und das passt zur tagesform dieses tut das erscheint deutsch was alles zu halten der ball war im tor aus ganz klar und das muss jetzt abstoß geben ein perfekter weiter ball und das sieht gefährlich aus jetzt müsste die flanke gleich kommen ja auch lang in den strafraum und überhaupt kein problem für den twitter und der keeper befördert den ball aus der gefahrenzöne so ausgeglichene spielstein zwischen diesen beiden riesen möglichkeit das war klar ja und der vergebene chance werden sie möglicherweise noch nachtrauern das wäre die führung gewesen super die fans gleich mit der beifall da ein anderer tor hätte den ball vielleicht nur tropfen lassen er nicht tolle parade hat eine flanke gut vorstellen ja der ball landet genau in den armen des toy das so beide mannschaften haben hier ein tor erzielt und dann steht sie logischerweise zur pause 1 zu 1 beide teams sind bis jetzt absolut gleichwertig ich denke wir können uns auf eine spannende zweite halbzeit frau bis jetzt Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter aus, Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, gut gespielt und da wusste er sofort, wohin der Ball muss. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Und das sieht so leicht aus, so locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper, schwache Flanke. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den Strafraum hineinspielen kann, wie er. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht. Ja, und die Zuschauer sehen es genauso wie der Schiedsrichter, die Aktion war gelbwürdig. Ja, warum nicht mal mit Gewalt? Ja, ich glaube, da hätte er ohnehin keine Chance gehabt, aber er stand halt auch im Abseits. Und so sieht ein Pass aus. Ja, das ist Weltklasse-Fußball, was für ein Tor. So, jetzt haben Sie es in der Hand, aber können Sie die Führung auch bis zum Schlusspfiff über die Zeit schaukeln? Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Perrlicher Pass. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Und da hat er die Situation gut eingeschätzt. Ja, da muss ich erst mal durchkommen. Klappt nicht. Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds. Und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Einfach weg mit dem Ball. Wunderbarer Pass. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Gut nach vorne geköpft. So wollen wir das sehen. Oh, da geht es ja mal ein Risiko ein hinten in der Verteidigung, auch wenn jetzt hier auf Abseits entschieden wurde. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. So eine Gelegenheit. Dann Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. So, jetzt wechseln beide Trainer aus. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Super gemacht. Oh, schade. Da stand er ganz frei, aber halt auch im Abseits. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Da sieht er die Lücke. Also, der war gefährlich. Der Ball streift am Pfosten vorbei. Ja, völlig korrekt die Entscheidung. Freistoß nach dieser Aktion. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Klasse zuspielen. Tja, das war nichts. Abseits. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Trauen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Jetzt hat er den Platz. Und irgendwie konnte er den noch abwehren. Gut gehalten vom Torhüter. Und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. A-Torwart will kein Risiko angehen, klärt. Und hier die Abseitsentscheidung. Nochmal in der Wiederholung. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse zuspielen. Drei Minuten nach Spielzeit werden angezeigt. So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie nutzt er die Chance? Ja, das müsste jetzt die Möglichkeit sein. Der Trainer freut sich, die Spieler freuen sich. Sie haben die Saison positiv beendet mit einem Sieg. Und es reicht auch für einen Rang in den oberen Regionen der Tabelle. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also bis dann, ciao.